hey leute was geht war noch dann wieder am start und ja bald ist ja weihnachten nächsten monat und da habe ich mir gedacht ich schaue mal wieder ein kleines gewinnspiel hier auf dem kanal raus und ja da wollte ich euch mal fragen auf was hat ihren bock denn ich wollte irgendwie karten verlosen zum beispiel psn karten pace of karten google play karten itunes karten und was es da alles gibt und da würde ich mich darüber freuen wenn ihr mal in die kommentare unten reinschreibt was ihr da so gerne hättet und dann wird auch ein gewinnspiel folgen beziehungsweise ich werde dann entweder halt eine karte holen dass dann ein gewinner gibt oder ich werde schauen von den zwei beliebtesten oder drei beliebtesten sachen dass ich dann jeweils eine karte hol und dann halt in dem sinne auch mehrere gewinnspiele macht dann wird ein teil halt hier verlosen einer auf meinem vlog kanal der ist ganz oben in der beschreibung verlinkt da könnt ihr ja mal vorbeischauen da kommen daily vlogs und so und ja an dem gewinnspiel teilnehmen zu können müsst ihr natürlich auch abonnieren und in die kommentare schreiben beziehungsweise in dem video oder einigen kommentaren von dem video was noch kommen wird wo das gewinnspiel halt dann wirklich gemacht wird müsst ihr dann halt alles reinschreiben das wird aber in dem video noch erklärt werden sorry wenn das ganze jetzt so ein bisschen durcheinander hier gelabert ist aber ich habe kein skript oder so gemacht einfach jetzt nur so free halt und ja keine ahnung wie gesagt schreibt einfach mal in die kommentare was ihr da gerne an karten hättet und dann werde ich mal schauen was sich machen lässt nein